Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie das Klemmgitter i-Gate von Reha richtig montieren. Wir schauen uns beide Verschlussvarianten an, sowohl das Active-Log als auch das Auto-Close. Im Grunde baut man beide Verschlussvarianten genau gleich auf, es gibt nur minimale Abweichungen. Deshalb zeige ich Ihnen die einzelnen Schritte hauptsächlich anhand des Auto-Close. Wenn es Abweichungen gibt im Vergleich zum Active-Log, dann zeige ich Ihnen diese auch anhand des Active-Log. Für den Aufbau brauchen Sie ungefähr 10 bis 15 Minuten, länger nicht. Außerdem brauchen Sie einen Meterstab und einen Schraubendreher. Alle Einzelteile sind im Lieferumfang enthalten. Ich habe sie hier schon mal vorbereitet. Die hier brauchen Sie auf jeden Fall, denn dieses Video kann Ihnen die Lektüre der Montageanleitung nicht ersparen. Achten Sie vor dem Aufbau darauf, dass das i-Gate so angebracht wird, dass es immer von der Gefahrenstelle weg öffnet. Das i-Gate lässt sich bequem in beide Richtungen öffnen. Möchten Sie jedoch sicherstellen, dass es später nur in eine Richtung geöffnet werden kann, montieren Sie einfach den mitgelieferten Stopper J. Dieser wird auf die untere Querstrebe des Türelements geschoben und mit der dazugehörigen Schraube befestigt. Stecken Sie die vier Schraubengehäuse A, A, C und D zusammen mit den Justierschrauben E in die vier Ecken des Gitters. A und A gehören jeweils an die oberen Ecken. Achten Sie darauf, dass das Schraubengehäuse C mit dem zweifarbigen Farbindikator am unteren Ende der Verschlussteile angebracht wird. C darf dabei nicht ganz eingesteckt werden, damit die Farbindikatoren noch zu erkennen sind. D bringen Sie an der gegenüberliegenden Seite unten an. Einziger Unterschied bei der Active Lock Variante ist, dass Sie bei dieser an der Verschlussecke anstatt A das Schraubengehäuse B mit dem dreifarbindikator verwenden. Da die Schraubengehäuse kein Gewinde haben, sitzen die Schrauben anfangs locker. Nun stellen Sie das Gitter gerade in die Mitte der Öffnung, die es sichern soll. Der Abstand des Rahmens zur Montagefläche sollte links und rechts nicht größer als 62 mm sein. Befestigen Sie danach die Halteschalen an allen vier Ecken ganz einfach mit der mitgelieferten Klebefolie. Auf Holzuntergrund, Putz- oder weichen Oberflächen müssen die Halteschalen auf jeden Fall verschraubt werden. Drehen Sie auf beiden Seiten unten wechselseitig die Handrädchen fest, bis das Schraubengehäuse C so weit in den Rahmen gedrückt ist, dass nur noch der grüne Streifen des Farbindikators sichtbar ist. Die Vertikalstrebe des Türgitterrahmens weist eine leichte Winkelabweichung auf, damit Sie das Türgitter gut in der Öffnung verspannen können. Drehen Sie auf beiden Seiten oben wechselseitig die Handrädchen fest, bis der Abstand zwischen Rahmenabschlusskappe und Griffmechanismus 3 bis 4 mm beträgt. Stellen Sie nach dem Verspannen sicher, dass der Abstand der mittleren Stange zur Montagefläche gleich groß ist, sie also senkrecht steht. Auch beim iGate mit ActiveLock ist die Vertikalstrebe des Türgitterrahmens mit einer leichten Winkelabweichung angebracht, damit es verspannt werden kann. Drehen Sie auf beiden Seiten oben wechselseitig die Handrädchen fest, bis der Abstand zwischen Rahmenabschlusskappe und dem geöffneten Griffmechanismus 1 bis 2 mm beträgt und der gelbe Farbstreifen des Indikators zu sehen ist. Stellen Sie nach dem Verspannen sicher, dass der Abstand der mittleren Stange zur Montagefläche gleich groß ist, sie also senkrecht steht. Zum Öffnen des iGate Auto Close drücken Sie einfach die Entriegelungstaste, schieben Sie nach hinten und heben das Türelement leicht an. Zum Schließen lassen Sie die Tür nur los. Am Farbindikator erkennen Sie sofort, ob das Gitter richtig verschlossen ist. Wenn Sie das iGate ActiveLock öffnen möchten, drücken Sie beide Knöpfe leicht, heben zuerst den Verschluss und dann das Türelement an. Achten Sie beim Schließen der Tür darauf, dass der Verschluss glatt einrastet und nicht verkantet. Der Farbindikator zeigt bei geschlossenem Griff mit der grünen Farbe an, dass das Gitter sicher verklemmt ist. So schnell ist der Aufbau des iGates erledigt. Übrigens erhalten Sie das ActiveLock auch in einer Variante in Holz. Sollten Sie die Montage nicht wie ursprünglich vorgesehen an einer Wand durchführen können, dann gibt es als Zubehör im Handel auch eine Y-Spindel. Damit können Sie das iGate an einem Treppengeländer montieren. Das war's auch schon. Viel Spaß beim Aufbau. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise vor der Montage sorgfältig durch. Die Sicherheitsfunktion des Artikels könnte sonst beeinträchtigt werden. Reha. Für mehr Sicherheit und Wohlbefinden.